hallo hier ist martin von money monkeys das die dachsanalyse für nun mittwoch den 28 7 2021 damit nehmen wir uns überraschend schnell dem juli verfall juli verfall sagt im juni ende monats ende steht hier relativ unmittelbar davor also am freitag drei tage hat er jetzt noch mittwoch dann ist der freitag dann wird auch die monatskerze geschlossen und dann geht es auch schon in august und man muss sagen unser dax hat hier ja klein platten gehabt also mit ernte einfahren war gestern schon nichts heute auch nicht wirklich wir hatten da schon drüber gesprochen dass unser dax sehr 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 seitwärts unterwegs gewesen ist zum montag dass er bestimmt auch zum dienstag deutlichere seitwärts tendenzen hat dass er bestimmt sogar das gleich gemacht so wie so im montag haben wir gesagt dass er kurz unten rein sticht in die 5 10 5 30 und sich dann vielleicht einfach zur seite handelt das war ein bisschen die erwartung er hat die tiefer gestochen ist nicht auf die 5 10 zurückgekommen sondern eher hier weil also eigentlich deutlich überrissen es hatte schon eher potenzial für einen ausbruch aber dann ist dann wieder das eingefallen was man eben gesagt habe das ist der probiert jetzt einfach seitwärts halten also das haben wir schon zum montag gezeigt ist er hat es schon zum montag gezeigt hat sie zum dienstag auch noch mal gezeigt ist wieder nur in der handelsspanne eigentlich der eröffnungskerzen umher gependelt und also ihr seht hier ganz konkret die eine eröffnungskerze direkt und danach hat er hier zur seite herum geschoben damit hat er natürlich jetzt erstmal kein signal gesetzt er hat auch das nicht gemacht was wir hier angesprochen haben wir darüber gesprochen unter 15 kann er durchaus nach unten durch rennen hat er nicht gemacht hat also der ist runter das sagt gut aus er hat auch einen schönen rücklauf gebracht hat alles gepasst aber es hat einfach wieder nicht losgelaufen halt naja hat einfach keinen gang reingelegt und ist hier seitwärts und einfach hin und her gepettelt also so jetzt zum tackelsschluss hier um die 55 sieht für mich fast aus jetzt kommt jetzt hier das dritte abwärtsgepferde nannte müssen wir mal gucken ja ich würde was 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 würde ich jetzt hier tatsächlich vom dax erwarten also ich könnte mir vorstellen dass wir zum mittwoch auch noch eine etate tiefer rutschen können dann sind wir wieder im muster der letzten wochen trotzdem trainiert trotz dass es ein bisschen ruhiger zugeht man merkt auch die leute reagieren jetzt wesentlich cooler auf das was passiert hier ist wesentlich ruhiger auch bei uns im forum damit erzielt zumindest ist schon mal eine veränderung im gegensatz zu den letzten wochen und ich würde jetzt hier den trigger einfach anpassen das hat keinen Sinn wenn man den jetzt hier auf 55 liegen lassen das beziehungsweise auf 15 hat man erliegen das hat der markt jetzt nicht angenommen es hat er nicht bestätigt aber hat gezeigt dass der bereich hier um 480 470 480 460 ihm recht wichtig ist deswegen würde ich den trigger auch nach dort verlegen natürlich haben wir dort genauso die gefahr dass er wieder das gleiche macht eigentlich dass er wieder runter stehe ich hier ein bisschen tiefer geht vielleicht die 415 nach holt vielleicht sogar schon mal hier auf seine 370 360 aufsetzt und na gut das wäre dann das ziel also aber das würde ich ihm schon zutrauen vom mittwoch so auch wenn man so die fallbewegung anguckt runter seite runter seite das ist eigentlich dass das erst mal noch keine umkehr nach oben drin halten also es sind auch keine höheren hochs drin das heißt er kann eigentlich schon noch ein bisschen fallen hier das würde gut reinpassen also sollte hier drunter gehen unter die 480 unter die 460 hatte durchaus potenzial auf 415 350 ich glaube damit können wir es eigentlich zusammenfassen und mehr würde ich ihm jetzt erstmal gar nicht zutrauen auch wenn theoretisch natürlich noch mal ein 300 möglich wäre ja und alles was drunter geht das kriegt dann wieder ein bisschen zu tiefen drall das kennen wir aus den letzten wochen aber die 300 ist eine ganz gute unterstützung hier könnte man sich vielleicht auch sogar eine trendlinie hier verbinden sowas macht er da ganz gerne wenn er dann zum 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 erneuten maler drauf steigt wir können mal kurz gucken wo die liegt die ist dann nämlich ein bisschen höher als die 300 zu bestimmt um 310 320 325 ja liegt sie 325 die sollte man sich vielleicht mal mit auf den zettel schreiben wenn der dax wirklich unten überreizt könnte ich mir vorstellen dass er auf so einer linie dann eben ein markantes tiefsetzt und dann wieder anfängt aufzutreiben und dann müssen wir wieder gucken dann haben wir wieder montag dienstag mittwoch schwach und dann liegt es schon fast auf der zunge dass er dann am tag freitag wieder auftreten das soweit erstmal meine erwartung unterhalb oberhalb hat er eigentlich relativ leichtes spiel aber hat es am montag und am dienstag schon nicht nutzen können weil hier sind schöne gaps die man schließen kann also wir haben bei 630 1 600 ist eine interessante marke wir haben oben bei 660 670 noch was interessantes auch nochmal ein gap was schließen könnte wir müssen halt bloß mal anfangen höhere hoch zu schlagen halten das ist jetzt zum montag nicht gelangen also doch das ist zum montag gelungen haben nicht nachhaltig und zum dienstag eben jetzt auch nicht schon fast ein kleines dreieck was wir hier gesehen haben ja also sollte der dax oberhalb von ich sag mal 575 raus notieren würde ich könnte ich mir vorstellen dass er in den gap close 630 reingeht gap close 660 670 und oberhalb hier wird es dann halt auch wieder positiver wenn er jetzt aus so einer distanz ich sag mal nach so einem anstieg aus so einer distanz jetzt wieder richtig nach oben durch steht kann er sich auch eine schöne welle raus drücken halten das ist es wäre durchaus legitim stehen auch noch ein paar termine die woche an aber wir sehen montag dienstag bisher sehr starke zeitwert tendenz und da bleibe ich auch dabei würde mich nicht wundern wenn sich das hier auch noch ein bisschen halten kann halt jetzt wo alle die viele die bewegung erwarten einfach mal nichts zu machen dass die leute einfach die lust verlieren halten das das war jetzt schon zum dienstag auch wieder recht nah dran wenn man so die leute beobachtet hat das was man da zum montag gesagt haben auch wenn es ein bisschen tiefer ging als erwartet aber vom bewegung des spielraum und genau das gemacht was wir gesagt haben also es ist schön zur seite geschlagen und leider den trigger nicht nach unten angenommen seitwärts herum gespielt ja also wir gucken uns den mal noch an jetzt zum mittwoch ich weiß gar nicht ob ich selber den short gehen 40 ja also dabei vielleicht schafft es erreicht das so sein ziel halt immer stückchen stückchen punktuell bewegung dann zur seite und dann ist gar keiner irgendwo mit dabei und plötzlich steht doch wieder tausend punkte woanders ich weiß nicht ob ich hier ein short gehen würde unter 470 also die würde ich mir auf jeden fall eng absichern weiß ich nicht träger ja ja also richtig wert muss ich vielleicht hier drunter sogar einen kleinen short reinlegt eng absichert der wird also ich gehe fast davon aus macht das gleich jetzt noch mal nach dem ist schon zum montag und zum dienstag sehr durch fast dass der mittwoch noch mal so wird wieder per gap runter oder hoch halten kann sich ja aussuchen und dann zur seite schieben halt na so und oben haben wir 630 660 670 unten hier die zonen die sind alle gleich tag ist schaut können wir mal kurz rein gucken wie es da ausschaut ja spielt er hier um das mittlere bollinger band wichtig ist ja dass er aus dem unteren oder oberen mal richtig raus fällt dass es hier angefangen hat das hat so schön aus das hätte so schön viel potenzial gehabt und genutzt hat das liegen lassen der idiot das war eine schöne stelle um an den trend reinzugehen wo waren die leute wahrscheinlich einfach zu aggressiv haben wir auch darüber gesprochen hier tja ja lass mal weg hier das bringt mir das bringt mir keinen vorteil ja in diesem sinne auf die marken konzentrieren range range ein bisschen im hinterkopf behalten zwei tage jetzt schon bestätigt das heißt auf die marken gucken kleine punkte holen hier dass das 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 was man was man mitnehmen kann und ein bisschen darauf achten wie das volumen ist na also was wir jetzt immer wieder gesehen haben ist impulsbewegung rücklauf und dann verkümmert alles wenn wir mal sehen dass der eine impulsbewegung bringt er macht dann seinen rücklauf und drückt dann weiter dann kann man sich auch von anfang prozüglich wieder ein short und long einstoppen zu lassen aber noch sieht man es halt nicht halt ne so ein bisschen auf sicht fahren dass man sich hier nicht in der range dann verausgabt und oben und unten raus riesige trades machen will die der markt dann gar nicht hergibt halt ne gut ok von daher würde ich so belassen ähm hier da freies freie spielraum freie schwankungsbreite hier drin und mich würde es nicht verwundern wenn der das nochmal nochmal das gleiche abzieht halt ne der neigt oft dazu jetzt sachen zu wiederholen halt ne auch wochenzüglich und so weiter und so fort ok haben wir drüber gesprochen ich mache daher jetzt hier aus kann euch hier nicht mehr ähm zu sagen wir befinden uns weiterhin in der range der letzten wochen und tage keine neuen signale kein aktiver trend das ist momentan auch seitwärts wir sind noch nicht oben ausgebrochen wir hatten unten ausbruch das ist ein fehlausbruch geworden ähm da müsst ihr jetzt erst wieder unter die 300 um den wieder ein bisschen anzutreiben dann hat er ja auch hier ein fallendes tief hier also hier der fallendes tief hier der fallende hoch so könnt ihr schon einen schönen abwärtstrend etablieren aber du musst auch unter 300 dann erstmal wieder und bis das ist da da können wir dann immer noch drüber sprechen halt ne dann gehen wahrscheinlich auch shorts wieder leichter hier ist halt einfach noch innerhalb der handelsspanne der letzten tage und wochen und das ist einfach range ok damit mache ich hier aus wünsche euch viel erfolg zum mittwoch und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss bis dahin tschüss